Hallo und willkommen zurück zur Totally Human Summer Edition. Was natürlich nie fehlen darf, sind Horoskope. Wir wollen die Zukunft in den Sternen sehen. Ja, und dazu gibt es ein wunderbares Zitat von Rumi, ein soufischer Mystiker vor einigen hundert Jahren. Und zwar, ich lese es auf Englisch vor und vielleicht übersetze es die Lea. I have been a seeker and I still am. But I stopped asking the books and the stars and I started listening to the teaching of my own soul. Ah, ich habe es gefühlt. Ich war ein Suchender. Und ich bin es immer noch. Aber ich habe aufgehört, die Sterne und die Bücher nach den Antworten zu fragen. Ich suche die Antwort heute in den Tiefen meiner Seele. Das kam als Übersetzung. Ja, das ist so schön übersetzt, Lea. Ja, Horoskope machen Spaß. Und auch ab und zu lege ich gern Karten. Oder es ist auch Spaß zu gucken, was ist drin für Impulse und so weiter. Aber der Unterschied heute zu damals, wo ich das begonnen habe, ist, dass ich heute eine große Freude habe, in dem Unbekannten zu sein. Und früher war, ja, eine stetige Suche, wie geht es weiter in Zukunft? Wie geht es weiter mit meiner Beziehung? Wie geht es weiter mit meinem Business? Wie geht es weiter mit meinem Wohlstand? Mit meiner Gesundheit? All die Dinge, die wir wissen wollen. Wie geht es weiter, vielleicht wenn du Kinder hast, mit meinen Kindern. Vor kurzem hatte ich eine Gründin mit ihrem Pferd. Wie geht es weiter mit dem Pferd, was krank ist? Und in Wahrheit sitzen wir in jedem Moment so viel in diesem Unbekannten. Nicht wissen, wie es weitergeht im Leben. Und das hat mir früher sehr viel Angst gemacht. Wenn ich es nicht wusste, ich wollte es wissend machen. Und ich dachte, wenn ich meinen analytischen Kopf anstelle oder wenn ich Sterne, Bücher oder was auch immer konsultiere, dann kriege ich irgendwie eine Antwort, die mich beruhigt, weil dieses im Unbekannten zu sein sich nicht schön angefühlt hat. Es hat mich ängstlich gemacht. Und heute, wo ich weiß, genau das, was Rumi sagt, die eigentliche Antworten, ja, die Weisheit entfaltet sich von Moment zu Moment aus dem Innen heraus. Und ich brauche nur zu schauen, was sich gerade durch mich ausdrückt. und um mehr geht es gar nicht. Ja. Ja, ich glaube, ich habe nur so einen Satz, um es noch einmal zusammenzufassen. Wir sind nicht dafür gemacht, die Zukunft zu sehen. Dafür sind wir zu 100% für den jetzigen Moment gemacht und haben alles zur Verfügung im Jetzt, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und das ist der einzige, den wir gehen müssen. Ja. So schön. Also, Dankeschön. Bis zum nächsten Video mit der Summary Edition. Und der letzte. Bis dann. Tschüss. 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 - Vielen Dank.